Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie cool ich einfach diesen Ladefortschritt, diese Ladefortschrittsanzeige in Dying Light finde? Denn wenn die schwarze Geschwaderei weg ist, dann ist fertig geladen. Ha! Und es wird immer noch gelockt mit der Aussicht nach oder auf Reichtümer. Und damit, hallo da seid's und willkommen zurück bei Dying Light Hell Raid. Wobei Dying Light Hell Raid klingt aber auch ziemlich cool. Da ist nix, wir gehen gleich hier hin. Surrt, nehme ich mit Kampfhammer auch. Höllenspalter, nö. Den Adler, nö. Den Schädelzertrümmerer noch, ja. Was habe ich jetzt nicht in der Hand? Ich lege mal Lila an, wobei... Kampfhammer brauche ich ja auch relativ bald. Aber zumindest nicht für die ersten Schläge. Ich lasse es mal so. Gut, dann neuer Anlauf, neues Glück. Ich habe mir die letzte Folge nochmal genau angeguckt, als wir die rostigen Klingen auf den Minotaurus geworfen haben. Und ja, die Dinger machen wirklich viel Schaden. Habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Dunkler Hintergrund, dunkelrot und dann noch die drei Menschen da. Durchgestrichen, nicht durchgestrichen. Das war für mich nicht gut ersichtlich. Zumindest habe ich es in der Aufregung, in der ganzen Aktion nicht mitbekommen. Die Dinger haben gut Schaden gemacht, wenn ich getroffen habe. Oh, der war schnell. Und ich habe gewissermaßen auch schon die Folge analysiert. Ne, mir ist zumindest einmal aufgefallen. Wenn wir wieder in die Situation kommen mit Minotaurus vor uns und ein paar Gegner, dann werde ich nicht den letzten Gegner umbringen. Dann werde ich warten, bis ich den eben mit den rostigen Klingen niedergestreckt habe. Und erst dann das letzte Skelett in dem Fall umbringen. Apropos Skelett. Weil dann habe ich zwar trotzdem noch die Gegnerwelle, weil es heißt ja Besieger aller Wachen. Und die Kleinen sind ja auch Wachen. Dann heißt es zwar trotzdem noch Besieger aller Wachen, wo wir wissen hin. Aber ich habe dann, ich habe dann zumindest bei den... vielen kleinen Plagegeistern, eben nicht mit dem Minotaurus. Noch um mich herum, auf den ich achten muss. Wenn ich den Minotaurus und das Skelett habe, ist das ja ziemlich übersichtlich. Also wenn wir nochmal in die Situation kommen mit Minotaurus. Ich hoffe, das wird in dieser Aufnahmesession was. Dann, den habe ich hier im Tor umgebracht. Das war hier. Da. Dann werde ich mich erstmal, bevor ich den letzten kleinen Gegner umbringe, erstmal um den Minotaurus kümmern. Ich hoffe, wir kommen wieder ganz gut durch. So wie in der letzten Folge. Mal gucken, mal gucken. Überraschen lassen. Mal gucken, wo wir bei der Festtagstafel zuerst abbiegen müssen. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Obwohl ich das spielerisch jetzt nicht so besonders finde. Es ist dein Leid und es ist gut gemacht. Insofern habe ich damit noch, noch kein Problem, das hier immer und wieder anzugehen. Mal gucken, ob sich diese Einstellung noch ändern wird. Ich hoffe nicht. Denn hoffentlich schaffen wir es endlich mal in dieser Aufnahmesession. Hoppala. Ja, was sagst du dazu? Oh, mit dem Tritt nicht betäubt. Kopf ab. Sehr schön. So mache ich das. Was hat er sich... Hat er gehört? Was der niedergeflattert hat. Drei auf einer Linie, wenn ich sie gleich durchsuchen möchte. Hier kommt doch ab und zu mal was Schockmäßiges an. Aber eben nicht immer. Ja, zu früh, zu früh. Gezahlt, sehr schön. Oh, der ist ausgewichen. Wie gut. Blöd, Mann. Sage ich dazu noch. Blöd, Mann. Blöder Arsch. Sage ich dazu auch. Hier kommt jetzt nichts Schockendes an. Wieder auf die falsche Waffe gegangen. Nicht nach unten scrollen, nach oben. Wenn ich den Knüppel haben möchte. Daneben. Oh, haha. Batsch. So, das dürften alle gewesen sein. Bevor ich die Skelette jetzt gleich nicht wiederfinde, weil es ja so arschdunkel ist, dann gleich mal einsammeln. Huh, was die denn ist. Und dann halt, jawohl, viermal rostige Klinge. Als habe ich es gewusst hätte, aber... Ich sage nur, super Molotovs, da hatten wir ja auch die Erfahrung mit, macht gar nicht mal so schlecht Schaden. Bei eben einem gewissen Gegnertyp. Ein Trank. Eine Waffe. Und wieder 98 Münzen. Hier gucke ich jetzt nicht weiter. Auf dem Tisch steht nichts. Hier stimmt, glaube ich, noch nie was, ne? Ich gehe gleich noch zu dem nach hinten, aber erstmal hier nach dran gucken. Das war bloß ein Krog und kein Beutel. Krog, nichts Haltrankmäßiges da auch nicht. Hier auch nicht zwischen den ganzen Krügen versteckt. Obendrauf auch nicht, ja? Gut. Dann sammeln wir die restlichen noch ein, dann geht es weiter. Aktuell haben wir zwei Haltränke und noch 186 Lebenspunkte. Stimmt, hier muss ich ja noch Haltränke und hier muss ich auch noch gucken. Habe ich ja bisher noch gar nicht gemacht. Hier habe ich noch mehr umgebracht. Moment. Okay. Aber waren es nicht fünf? Ich habe da jetzt bloß vier eingesammelt oder habe ich jetzt nicht richtig drauf geachtet? Letzteres will ich nicht ausschließen, weil ich es nicht kann. Schädelzer Trümmerer. Nix. Hier gibt es hier bloß Münzen. Keinen Trank vor der Truhe. Hoffentlich in der Truhe. Oh. Jetzt packe ich wieder Surt aus. Muss ja auch mal zum Einsatz kommen. Hier bin ich sonst durch. Gut. Los geht's. Schicken wir ihn wieder in sein Portal zurück. Wie wir schon warten. Hier rausgestoppert kommen. Beine weg. Guten Tag. Oh. Hätte der sich geblockt oder hätte er uns erst geschlagen? Wäre nicht schön gewesen. Okay, es geht wieder nach rechts. Und wieder noch zwei. Moment. Ich habe da jetzt bloß die Waffe aufgesammelt. Ich muss ihn auch durchsuchen können. Ach ja. Korpus. Delikti. Verstehe ich noch nicht. Ob ich da noch dahinter komme? Warum manchmal die Tür aufgeht? Wie manchmal die andere. Vielleicht hängt es davon ab, wie schnell man vom Start bis hierhin kommt. Jeder gerade Minute heißt da auf. Jeder ungerade da auf. Keine Ahnung. Das ist bloß einer. Ein Gedankengang meinerseits. Gut, dann kommen wir jetzt hier wieder. Moment, aber hier kommen ja welche. Da packe ich jetzt Sort weg. Und nehme Lila mit. Das schwächste Lila aber erstmal. Das ist das. Sort ganz nach oben. Lila und Lila. 200 und 300 zerlege ich wieder. Wobei bei 300. Mal gucken, wir haben jetzt noch nicht so viel. Alles 400. Okay, behalten wir noch. Sicher ist sicher. Gut. Kampfharm aber bitte ganz oben. Weiß auch nicht warum. Ich hab's halt einfach so. Okay. Die blauen Waffen sind nah beieinander. Auch gut. So, die Gänse, die offizielle Treppe entlang. Auch nicht. Einfach hochgesprungen. Nein, nein, nein. Skelett nicht. Ich will wieder Springer, wenn ich ausweichen will. Oder vorbei will. Lustig. Das mache ich aber schon seit Ewigkeiten so. Nicht nur ein bisschen Spiel. Oh, hauen sie ab. Die sind ja ekelhaft. Ja, nicht runter dödeln. Ich glaub, weil... Haltrank. Wir haben nur zwei. Könnte eng werden. Hm. Ich will Kaffee nicht durchsuchen. Na ja. Ich will Kaffee nicht durchsuchen. Kommen sie bitte hoch. Ich möchte sie durchsuchen. Bleiben sie da oben liegen. Nein, durchsuchen sie jetzt nicht. Das ist eh schon wieder weg. Rutscht alles da runter, ja? Na, keine Haltung. Das könnte später echt ekelhaft werden. Der hat sich wieder an den Tor geöffnet. Habt ihr das gehört? Oh, jetzt muss ich wieder hauen, weil... Ne, treten. Weil... Keine Ausdauer mehr. Oh, das sind sogar viele. Oh, jetzt seht ich wieder kommen, weil es war so viel Gewühl. Was ist da wieder da? Okay. Dann machen wir das rein klöppeln. Bleiben. Oh, was für eine dunkle Suppe hier oben. Und vor uns. So, bald kommt das Schockendes. Ganz bestimmt. Noch keinen Schaden hier bekommen. Wie sie runterfliegt. Oh, jetzt einer ist oben, einer ist oben. Ne, das kann so. Da ist sicher alles stapelt, dass es gar nicht anbrennt. Da war ich jetzt dann aufmerksam. Wenn es da eine Kerze ist. Komm schon selbst gar nicht mehr hier ran. Halt rein, jawoll. Cool. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Achtung, einer ist noch. Ein halt dran, hätte ich gern noch zur Sicherheit. Nichts schocken, das. Will das nicht? Ja, will das nicht. Ist hier noch irgendwas? Ach komm, hier ist noch irgendwas zum Durchsuchen. Bestimmt ganz unten. Ah, ist noch mehr gefallen. Ah, ist noch mehr gefallen. Oh, Portal öffnet sich. Moment. Ich packe schon mal die Lina-Waffe aus. Sicher ist sicher. Äh, da hinten ist ein Schock. Aber nur ein Skidlet. Au. Ich gehe weg. Ich muss erst mal heilen. Winter. Oh, rüber gesprungen. Tod von oben. Na. Lass ich wieder springen. Nein, 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 nein. Au. Okay, Winter. Ich spring mal nicht, dann wäre ich getroffen. Mal Feierabend kommen. Dankeschön. Mauer. Da liegt einmal Schock rum. Nicht irritieren lassen. Es liegt bloß rum. Okay. So, er hat wieder ausgepackt. Hier muss ja auch erst mal abgenutzt werden. Erst mit dem Schwachkram, dann mit dem Starkkram. Ah, bisher läuft es gut. Wir sind aber auch schon sehr erfahren. So einigermaßen. Hallo. Immer der Reihe nach. Ja, jeder kommt dran. Jeder darf sterben. Nichts zum Blinden haben. Oh Gott, jetzt kommt gerade was hoch. 171 Lebenspunkte. Okay. Mir einfach nicht durchkommt. Jetzt schafft er es. Aber er kommt nicht hoch. Bats. Jetzt bleibt er auch unten. Das ist ja nett. Das habe ich ja schon. Geh weg. Ein was Schockendes erwarte ich noch. Mal gucken, ob wir auch wieder ein bisschen die zweite Kammer kommen. Mit allen Leben. Und eben die zweite Kammer auch schon sauber gemacht. Das hier ist ja die erste. Nichts Schockendes. Noch zwei. Noch zwei. Fleischige. Komm, klapp zusammen. Bist doch doof. Da öffnet sich wieder was. Sonst würde die Musik nicht so anziehen. Hat sich doch was geschlossen. Wobei, hier liegen ja schon ziemlich viele rum. Dafür habe ich noch kein richtiges Gefühl, wann ist so das alles jetzt zu Ende. Wie viel da kleine Welle in einer Welle haben wir gerade? Häkchen dran? Hier war doch noch einer. Wo ist denn hin? Häkchen dran. Okay. War relativ entspannt. Aber wie gesagt, wir werden ja auch immer erfahren. Und da sollte das auch irgendwie sein. Jetzt gehe ich erstmal zum Skelett. Das war doch hier irgendwo. Moment. Das habe ich hier umgehauen. Das habe ich hier umgehauen. Da ist bestimmt Wurfkram dabei. Rostige Klinge brauche ich für einen Endkampf. Auf einmal. Wenn ich gesehen habe, wie wirkungsvoll das sein kann. Mann. Nichts mehr. Was war doch hier? Ich bin doch hier gerutscht und habe hier gehackt. Habe ich diese runtergefallen? Ich drücke nochmal fleißig E. Ich hoffe, ich nehme nichts auf, was ich eh wieder fallen lassen möchte. Aber hier ist nichts. Bledermäuse. Mann. Das hätte Wurfkram sein können. Naja. Kann ich jetzt nicht wieder herzaubern. Dann nehme ich das mit, was ist. Wir haben jetzt zwei Haltrenken. Mal gucken. Ich hätte es mal neun werden es sein. Das wäre schon sehr schön. So viel erscheint es nicht zu werden. Was sich alles stapelt. Krass ey. Das macht aber so einen Spaß, das alles einzusammeln. Ein Haltrang, der erste. Ja, du auch noch. Wie die sich auch stapeln. Zack. Nehme ich mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Und du auch. Ein Haltrang wieder. Also zwei haben wir jetzt noch im Nachgang eingesammelt. Hier davor steht auch keiner. Ist denn irgendwo was dahinter? Ja. Sind zwar bloß Münzen, aber wer den einen Münzluss nicht ehrt, der ist ihn nicht wert. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal kurz hier gucken. Aber ansonsten wieder mal Waffen sortieren. Macht ja Spaß, ne? Ne, ich sortiere erstmal aus. Moment, Düsterzept habe ich jetzt verlegt. 600 ist aber schon ganz gut da oben aufgehoben. Ja, weg damit ist er. Traurig. 300 weg. Ich brauche Platz für lila Sachen. 400 bleibt mal noch. 300 und 200er Sachen kommen aber auf jeden Fall weg. Dann lila ganz nach oben. Ich kann ja schon mal nach 800, 700 sortieren. Gut, schon gemacht. Einmal 600. Der Rest dann alles 400. Ja. Und blau ist besser als grün. So war es, ne? Hm, ne. War es unterschiedlich. Egal, ich zerkloppe erst grün. Von den Sachen, die ich hier links habe. Ansonsten das, was wir noch mitgenommen haben, das zuerst. Okay. Da sehe ich einen riesengroßen Haltrank. Zwei brauche ich aber, eins war ja mit unten, ne? Scheiße. Scheiße. Achso, man kann, oh. Trotz halten, treten. Okay, okay. Ah, schreien sich wieder. Gedönk. Truhe, bitte zwei Tränke. Ah, einer ist auch unten. Da ist der zweite. Heiliges Buch. Nö. Dann sind wir hier oben durch, denn da hinten an der Truhe war nix. Ich wollte eigentlich noch oben weiter gucken. Das Ding steht sogar. nix. Hier drinnen war noch eine Truhe. Schwert des Schlägers. Dann hast du ein Glück, dass du noch mit uns gehen darfst. Da hinten war noch eine Truhe. Hier habe ich ja niemanden umgehauen. Hier war nix, aber hier hinten, hier in der Ecke schon. Leider leer. Hier war ja nix. Und von hier kommen wir. Gut, dann sind wir hier durch. Moment, hier war ja noch so ein Fass und hier gab es ja auch noch was in der Truhe. Schädel sind drumherum. Aber du kommst weg, oder? Na? Ah, ist was Weises. Komm weg damit. Ich werde das Inventar eh bald wieder voll haben. Und hier ist weiterhin nix. Warum schleppe ich eigentlich zwei mit? Und ich lege es ja eh nur ans Tor und dann lasse ich es hochjagen. Hm. Naja. Das wird sich beachtet, das Stück. Krug. Legge ich aber nicht so weit ans Tor. So, ist für euch. Hab aber, hm. 171 Lebenspunkte. Das auf keinen Fall vergessen zu beachten. Und das ist nix. Nicht, dass wir einmal sind, aussterben. Es kann nicht schaden, alle drei Leben in der letzten Welle zu haben. In der Welle 5 von 5. Siehe, letzter Versuch. Zwei-Trenke, sehr schön. Aber eben aus der letzten Folge habe ich hoffentlich schon gelernt. Zumindest habe ich da Ansätze gesehen, die ich besser machen kann. Eben, was ich schon eingangs erwähnt habe. Und das wird schon. Soll es echt nicht mehr. Reuchte doch mal. Hä? Hab ich ja den aufgefressen. Ein Freund hier. Ne, da ist er. Er liegt aber sehr weit hinten. Ja, das gehört mir nicht. Hm. Sieht ja fast schon wieder. Nein, egal. So. Feuerheiß von Power-Trip. Weheilen noch nicht. Jetzt heilen wir gleich. Achtung. Uh, das war relativ knapp. Ah, ein Ekelhafters hier oben. Na, schon wieder. Was? Mh, Mann. Bitte anstellen. Nicht von allen Seiten noch. Deswegen finde ich in der ersten Kammer auch die Regale in der Ecke ganz cool. da musst du nicht hinter dich schauen. Hier kommen eh gleich noch Stinker an. Oder zumindest einer. Kommt hier auf jeden Fall noch an. Bevor wir irgendwas wieder öffnen. Ein zweiter. Ja, vielleicht egal. Fallen die über sich. Ja, aber wegen solchen Kleinigkeiten mag ich das Spiel halt. Und eben auch Hellraide. Auch weil wir das alles schon tausendmal gesehen haben. Aber wir haben zum Beispiel noch gar nicht alle Geheimnisse eingesammelt. Hm. Bin ich aber jetzt auch nicht, bin ich jetzt aber auch nicht so scharf drauf. Einfach nach den vielen Versuchen jetzt. Wenn wir es nebenbei noch empfinden, ja dann super. Ansonsten auch nicht so schlimm. Okay. Ich will ja auch für andere Let's Player noch etwas Futter da lassen, weil ich kann mich ja rühmen. Ich spiele das hier auf Albtraum und womöglich in vielen Anläufen. Aber ich ziehe es halt durch und andere sagen dann, ha, ich habe alles eingesammelt. Guckt bei mir. Hier könnt ihr sehen, wo ihr alles findet. Bin mal gespannt, ob ich, also dass ich jemanden finde, der auf Albtraum das Ganze hier gespielt und auch auf Albtraum geschafft hat. Da bin ich mir sicher, aber ob es da auch jemanden mit Deutsch gibt. Ein voran, der auch eigentlich alles gezeigt hat. Der hier nicht einfach dann gesagt hat, oh, jetzt wird es mir zu viel. Ich mache das mal abseits der Aufnahme und ich halte euch wieder ins Zoo, wenn ich es geschafft habe. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da jemanden finde. Aber das ist dann, aua, schon sehr speziell. Gucke ich jetzt aber noch nicht. Gucke ich erst, wenn ich das hier geschafft habe. Es kam zwischendurch noch keiner gerannt. Das ist ja sehr interessant. Leer. Vier mal rastige Klinge. Jawohl, brauchen wir. 101 Lebenspunkt. Dann reinpfeifen, denn der Trank wird uns eh nicht komplett heilen. Und bevor ich hier wegen zu wenig Lebenspunkte sterbe, bin ich schön. Mal zu früh geschlagen, ich deb. Drohnen sie mir nicht so. Sie, Rotauge. Oder Orangeauge. Sieht fast schon Orange aus. Dreimal geschlagen. Bist du fast so wie so ein Peiniger? Schuh. Ein Haltrang gleich wieder bekommen. Sehr schön. Na, komm her du. Reue des Kreuzritters ist doch bestimmt kein Müll, aber weiß. Oh, welche Taste? Das ist eine 500er-Waffe. Und das Ding hat bloß zwei mehr Haltbarkeit. Dann zerlege ich jetzt alle 400er noch. Wobei das hier ist ein Schädelzertrümmer, wo er etwas stumpf ist. Wobei, da habe ich auch noch eine stumpfe Waffe. Ich behalte das Ding noch. Hier können wir ja schon mal den Hebel ziehen. Die Machete ist dann auch bald hin. Machete mit Widerhaken. Ein Schäppich ist es nicht. Das wäre etwas gebogen. So, hier gibt es ja nichts mehr. Dann kann ich unten noch die Päckchen einsammeln. Das stimmt, hier war ja auch noch was. 271. Süß. Ich habe doch jetzt zwei umgebracht da unten. Na! Boah, jetzt habe ich aber etwas erschrocken. Da kam halt... Ich wusste, dass noch ein Stinker unterwegs ist. I.I. hat irgendwelche Gedärme ausgespuckt. Aber dass er hier gleich so aus dem Dunkeln um die Ecke kam, und das war schon etwas besonders. So, das hier ist ein Schäppich. Das geschwungene 320. Weg du halt. Und da. Spätzünder. Kopf her. Leer. Äh, fallen beim Plündern runter. Wer noch einer kommt, bevor ich hier anfange zu plündern? Außerdem... Feuer heiß. Kerze. Dann durchsuche ich erst mal. Halt, hier vorne. Da sind doch auch ein paar vor Freude explodiert. Vorsicht, Kerze. Aber hier in dem nächsten Regal gab es noch die Tasche. Wichtig, wichtig. Ja, ich gehe gleich zu dem Plünderkram. Jetzt habe ich hier noch die Tafel vor mir. Gleich kommt wieder der Peiniger, der so verdammt fair aushält. Freue ich mich schon. Das reicht dann ja bloß Stinker. Deswegen wird hier nichts... Waffenmäßiges sein. Aber hier ist auch nichts mehr, was da ist. Das ist schon despawned. Wir waren wohl zu weit weg. Mist, das muss ich mir... Falls wir hier nochmal... Oder falls wir... Beim nächsten Mal Gegner umbringen. Allen voran, da liegt ja noch was. Muss ich aufpassen, nicht zu weit weg zu gehen. Weil hier ist nichts mehr. Also ich sehe nichts, aber ich drücke auch die ganze Zeit eh um. Falls wir etwas fühlen sollten. Waffen, das einsammeln zu können. Da war ein Trank dabei. Da hat man schön schütteln gehört. Hier liegen doch drei Waffen auf dem Tisch. Vier sogar. Ein Kochlöffel. Ne, was? Sieht aus wie eine Schere. Das ist eine Schraubenschüssel. Ah, das ist doch... Was Scherenmäßiges. Ein Bolzenschneider vielleicht. Für Knochen. Heiltragend, jawohl. Oben dürfte ja keiner liegen. Ah, das ist bloß ein Buch. Das Mal, wenn wir hier oben noch hinkommen. Weil Peiniger und seine Gefolgsleute. Na, kommt schon wieder. Ich muss schon sagen. Nur der Klapprige da, der zu hören ist. Drei Klapprige, aber da war noch ein anderer dabei. Und das klang nicht wie ein Peiniger. Das klang noch wie ein Stinker. Na, mal gucken, ob wir da noch überrascht werden von einem Stinker. In der Augen hat der Peiniger. Aber nach so vielen Anläufen erwarte ich auch keinen rotbeugten. Ja, mein Gefühl sagt man halt. Rot, wobei Rot für Gefahr steht. Lila Augen sind schlimmer. Stärker. Lila drückt mehr Stärke aus. Das Gewerf hier werden wir gleich verlieren an ihm. Was ich auch machen werde. Ich werde mir dann aber erst, wenn ich es geschafft habe. Ich werde mir das ganze hier Hellraid auch nochmal auf einem deutlich leichteren Schwierigkeitsgrad angucken. Ob ich es selbst mal auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad schaffen möchte. Weiß ich nicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, um dann sagen zu können. Oh, so einfach kann das sein. Ja, tolle Wurst. Ne, das hier hat noch eine Klinge. Ups, ich hockte schon. Aber alles ist in der Zeit. Bin mal gespannt, ob ihr es auch auf Albtraum gespielt habt. Ich weiß ja, dass es einige da draußen gibt, die sich auch sehr gefreut haben, dass ich The Following auf Albtraum gespielt habe. Und ich fand es ja auch sehr toll, deswegen spiele ich jetzt auch weiterhin auf Albtraum. Und mal gucken, wie eure Erfahrung ist. Ich hätte es zwar schon längst gerne geschafft, aber ich bin noch nicht angekotzt und das ist, wie ich finde, ein gutes Zeichen. Also ich kann das hier, was wir hier machen müssen, noch sehen. Alle eliminiert, wirklich? Na, ich bin ja froh, dass wirklich alle eliminiert sind und... Alle eliminiert sind und nicht irgendwelche in der Decke oder im Boden haken. So, hier müssten auch noch Waffen liegen, genau. Gliederschneider. Klingt, wenn man damit herumkämpft. Nix, Waffe mehr und viermal durchsucht haben wir jetzt hier in Summe auch. Die lila Augen, ey. Oh, nochmal ein Schädelzertrummerer und auch noch 600. Sehr schön, 500. Dann kann ich dich jetzt abgeben. Dann können wir uns ja auch gleich die Fuchtelnde schnappen. 189 Lebenspunkte und noch alle leben. Darf ich nicht aus den Augen verlieren? Wird mir bestimmt noch passieren, aber... Ich muss so oft, wie es geht, darauf achten. Damit die Situationen einfach nicht zu brenzlig werden. Denn ich habe ja gemerkt im letzten Anlauf, ich brauche alle drei Leben. Zumindest kann es nicht schaden. In der letzten, in der fünften von fünf Wellen. So, wer wartet hier? Wieder knochiger oder... Nee. Ein fleischiger und ein stinker. Ich werde hier mit lila rangehen, denn ich will ja nichts... Oh, blöde, da ist auch noch ein knochiger. Ich will es hier nicht drauf ankommen lassen. Eins nach oben, Kampfhammer. Okay. Ich muss auch gleich sterben, denn es kann nicht schaden, hier schon so viele wie möglich wegzuhaben. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit... Den Schockträger habe ich gerade wieder. Werde mir einen vergessen. Warum ich in letzter Zeit so oft... Versuche, den mit Ducken auszuweichen, weil es ging, glaube ich, bisher praktisch immer schief, ne? Schade, beim letzten Mal hatten wir bloß die Fuchteln da. Jetzt haben wir hier... Ah, nicht so weit vorgehen, weil dann schießen wir durch die Mauer. Beim letzten Mal hatten wir bloß die Fuchteln. Jetzt haben wir noch das... Noch den Skeletto. Der ist schon mal weg. Jetzt muss noch die weg. Jawohl. Und der lasse ich mich ja... Bitte nicht anfuchten. Nicht mehr aus der Reserve locken, hoffe ich. Und ich muss den Kampfhammer hier nicht schonen, denn ich denke mal, ich werde ihn im Endkampf zumindest gegen den Minotaurus nicht gebrauchen. Ich will nicht gegen den kämpfen müssen im Nahkampf. Denn, ja... Der muss uns noch einmal schlagen oder umrennen. Nein, sind wir weg. Mit einem Leben. Und werden wir dann hoffentlich genug rostig klingen. Relativ wenig Wurfgeschosse. Zumindest verschiedene Wurfgeschosse. Kann ja, kann ja bleiben. Da rostet wieder was im Hintergrund. Aber das ist bloß Musik oder Sounddesign im Allgemeinen. Das ist kein Gegner. Gut. Hier brauche ich mich ja nicht großartig umgucken. Hier. Na, dann geht's auf zum Käfig. Mit dem Feuerschutz im Hintergrund. Und... Au. Zweite Kammer noch. Okay. Sprengt uns keiner an. Aber hier gibt's genug zu tun. Und jetzt der erste. Au. Au, au, au. 160 passt noch. Dann springt uns keiner mehr. Gehen sie doch weg. Hat doch jemand Schäppig in der Hand gehabt. Oder sagt man dazu eher Schäppig? Ich sag Schäppig. Okay. Oh, der liegt dann hinter dem Käfig. Muss ich aufpassen. Wenn ich einsamer will. Könnte ja einen Haltrang dabei haben. Oh, zu spät. Also ich. Der da liegt. Komm sie ran. Ein fleischiger noch. Ich werde den Kampfhörner hier nicht brauchen. Dann schnappe ich mir schon mal was zum Knochen zerleppern. Wenn die Waffe bald weg ist. Oh, sind alle hin? Peiniger schon. Okay. 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 Wir werden eh nicht weit kommen wie in der letzten. Nicht folgern. In der letzten Aufnahmesession. Wo wir mal. Wo wir natürlich nicht durchstößt werden. So, die Waffe ist auch hin. Niemand gabelt uns an. Niemand. Was kam denn nochmal als nächstes nach dieser Kammer? Kamen da schon ja. Kamen da die beiden Schockskelette? Wo die beiden Schock-Skelette sind. Äh. Säure-Skelette sind. Die grünen. Jetzt habe ich gewartet, aber keine Ausdauer regeneriert. Super Sache meinerseits. Das hatten wir lange nicht mehr. Dass wir hier getroffen wurden. Prost. Auf ihn. Er hat es mal wieder geschafft. Nein, das trifft ja nicht so gut. Hatte bisher auch immer ganz gut noch funktioniert. Wir werden hier schon nicht sterben. Und uns sind bisher noch nie die Hallentränke ausgegangen. in ja irgendeinem Durchlauf. Noch nie. Ach, der Stinker, der Stinker. Der Fleischige, der will noch. Ich komme da jetzt ran. Ich wechsle nochmal die Waffe. Wo ist er da, tut er hin? Komm, ich will dich hier gesammelt haben. mit deinen Freunden. Ich glaube, nicht so doll. Mann, der macht es uns echt schwer. Schau mir das Ende mit Potzelbaum. Kopfstand, Potzelbaum. Jetzt kommen wir dir die Massen an. Da gehe ich lieber auf das Schwert. Äh. Oh, hier, das war's. Ah, das ist ein Zweihand. Okay. Na, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Deutsches Langenschwert, oder wie? Scheint aber gar nicht so schlecht zu sein. Zumindest kamen wir jetzt nicht in Bedrängnis. Es waren jetzt aber auch nicht so viele Gegner. Auf jeden Fall weniger als in der ersten Runde dieser Bälle. Höchst der Langenschwerter sehr effektiv gegen Peiniger. Mal gucken. Die sind ja auch ziemlich massiv. Klar, das Ding macht jetzt nicht den allerbesten Schaden. Da haben wir schon in der Arena ganz andere Waffen gehabt. Wir haben jetzt 800er, 900er Schaden in Summe mit unseren Schadenswerten. Die wir durch Fertigkeit, Fähigkeit noch dazu gestupst haben. Oh, oder? Jetzt habe ich das Gefühl, wir wären gehauen, weil wir sehr anders waren. Das Ding ist auch lange genug. Da können wir ihn auch so treffen. Genau, die haben wir wieder nicht getroffen. Er hat Feierabend, aber eine Welle kommt auf jeden Fall noch. Bin auch froh, dass das Spiel uns nicht jedes Mal Fernkämpfer in den Weg stellt. Die kommen schon oft genug. Das bringt auch etwas Abwechslung rein und macht so gesehen auch Spaß. Er ist wieder nach hinten geflogen. Da haben wir schon zwei hinterm Käfer vorgelegt. Ah, 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 ah. Da sind bloß Skelette zur Linken. Er war weg. Und der andere in der Lage ist jetzt auch mit draufgegangen. Scheint so. Da sind jetzt erst zwei Peiniger zerkloppt. Das waren doch hier mal drei. Scheint aber nicht immer so gleich zu kommen. Wir hatten ja auch schon mal zwei schockende in der ersten Kammer. Da ist das Spiel doch etwas flexibel, etwas abwechslungsreicher. Aber auch nur im Detail, wenn man das mehrmals spielt, bekommt man das mit. Wenn man das sehr oft mehrmals spielt. Bei nur drei Mal spielen hätte ich es gleich nicht mitbekommen. Schade. Letzter Schlag hätte ihn, glaube ich, umgebracht. Mal gucken, ob das stimmt, wenn ich ihn gleich nochmal haue. Okay. Das war mein Gefühl, aber mein Gefühl hat mich leider etwas getäuscht. Das war nicht sehr, aber eben etwas. Schuh. Schuh hat getäuscht. So, war das der letzte? Portal geht zu. Scheint so. Häkchen dran. Sehr schön. Dann würde ich auch sagen, wie in der letzten Aufnahme-Session, Häkchen dran an diese Folge. Vielleicht waren wir jetzt hier eine halbe Minute schneller. Weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen gut durch. Mit gut meine ich gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. Und tschau, 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 tschau.